Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kapitel 29, das Erwachen, Nummer 9, der Traum der Vergebung, Seite 625 bis 627. Der Götzensklave ist ein williger Sklave, denn willig muss er sein, um sich anbetend vor dem zu verneigen, was kein Leben hat, und im Ohnmächtigen nach Macht zu suchen. Was ist dem heiligen Gottessohn geschehen, dass dies sein Wunsch sein konnte, sich tiefer noch fallen zu lassen, als die Steine auf dem Boden, und sich an Götzen dann zu wenden, um ihn aufzuheben? So höre denn deine Geschichte in dem Traum, den du gemacht hast, und frag dich, ob es nicht die Wahrheit ist, dass du glaubst, es sei kein Traum. Ein Traum des Urteils ist in den Geist gekommen, den Gott vollkommen wie sich selber schuf. In diesem Traum wurde der Himmel in die Hölle umgewandelt und Gott zu seines Sohnes Feind gemacht. Wie kann der Gottessohn nun aus diesem Traum erwachen? Es ist ein Traum des Urteils. So darf er denn kein Urteil fällen, und er wird erwachen. Denn der Traum wird anzudauern scheinen, solange er Teil von ihm ist. Richte nicht, denn der, der er richtet, wird Götzen brauchen, die verhindern, dass das Urteil auf ihm selber lastet. Auch kann er das Selbst nicht erkennen, das er verurteilt hat. Richte nicht, weil du dich selbst zu einem Teil von bösen Träumen machst, in denen Götzen deine wahre Identität und deine Erlösung von dem Urteil sind, dass du in Angst und Schrecken und Schuld auf dich selber legtest. Alle Figuren in dem Traum sind Götzen, dazu gemacht, dich aus dem Traume zu erlösen. Doch sind sie ein Teil dessen, wovon sie dich erlösen sollen. So hält ein Götze den Traum lebendig und entsetzlich, denn wer könnte einen solchen wünschen, wenn er nicht in Schrecken und Verzweiflung wäre. Und diese stellt der Götze dar. Und somit heißt, ihn anzubeten, die Verzweiflung und den Schrecken anzubeten, sowie den Traum, aus dem sie kommen. Urteilen ist eine Ungerechtigkeit dem Gottessohnen gegenüber. Und es ist Gerechtigkeit, dass der, der ihn beurteilt, der Strafen nicht entrinnen wird, die er sich selbst im Traum auferlegte, den er gemacht hat. Im Traum des Urteils aber greifst du an und wirst verurteilt und möchtest gern der Götzensklave sein, die zwischen deinem Urteil und der Strafe stehen, die es mit sich bringt. Es kann im Traum, wie du ihn träumst, keine Erlösung geben. Denn Götzen müssen Teil des Traumes sein, um dich vor dem zu retten, was du, wie du glaubst, vollbracht hast und was du getan hast, um dich sündig zu machen und das Licht in dir auszulöschen. Kleines Kind, das Licht ist da. Du träumst nur und Götzen sind das Spielzeug, von dem du träumst. Du würdest mit ihm spielen. Wer sonst als Kinder braucht denn Spielzeug? Sie geben vor, über die Welt zu herrschen und geben ihren Spielsachen die Macht, sich zu bewegen, zu reden und zu denken, zu fühlen und für sie zu sprechen. Doch alles, was so erscheint, als tue es ihr Spielzeug, vollzieht sich im Geist derer, die mit ihm spielen. Sie aber sind eifrig bemüht, zu vergessen, dass sie den Traum erfanden, in dem ihr Spielzeug wirklich ist und merken nicht, dass seine Wünsche ihre eigenen sind. Albträume sind kindische Träume. Das Spielzeug wandte sich gegen das Kind, das glaubt, dass es ihm Wirklichkeit verliehen hat. Doch kann ein Traum angreifen? Oder kann ein Spielzeug groß, gefährlich, wild und grimmig werden? Das glaubt das Kind, weil es seine eigenen Gedanken fürchtet und sie stattdessen den Spielsachen gibt. Und deren Wirklichkeit wird dann zu seiner eigenen. weil sie es dadurch vor seinen Gedanken zu erlösen scheinen. Tatsächlich halten sie seine Gedanken wirklich und lebendig, aber so, dass diese außerhalb von ihm gesehen werden, wo sie sich wegen seines Verrats an ihnen gegen es wenden können. Es glaubt, es braucht Spielzeug, um seinen Gedanken zu entrinnen, weil es denkt, die Gedanken seien wirklich. So macht es Spielsachen aus allem, damit seine Welt außerhalb von ihm bleibe und um zu spielen, dass es nur ein Teil von ihr ist. Es kommt ein Zeitpunkt, zu dem die Kindheit endgültig vergangen und vorbei sein sollte. Suche nicht, das Kinderspielzeug zu behalten. Lege alles weg, denn du brauchst es nicht mehr. Der Traum des Urteils ist ein Spiel für Kinder, in dem das Kind zum Vater wird. Machtvoll, doch mit der kleinen Weisheit eines Kindes. Was es verletzt, das wird zerstört. Was ihm hilft, das wird gesegnet. Nur, dass es dies beurteilt wie ein Kind, das nicht erkennt, was verletzen und was heilen wird. Und schlimme Dinge scheinen zu geschehen. Und es hat Angst vor all dem Chaos in einer Welt, die, wie es glaubt, regiert wird von Gesetzen, die es machte. Doch ist die wirkliche Welt unberührt von jener Welt, die es für wirklich hält. Auch sind ihre Gesetze nicht verändert worden, nur weil es nicht versteht. Die wirkliche Welt ist immer noch ein Traum. Nur die Figuren darin sind verändert worden. Sie werden nicht als Götzen angesehen, die verraten. Sie ist ein Traum, in dem keiner benutzt wird, um Ersatz für etwas anderes zu sein. noch wird er zwischen die Gedanken, die der Geist sich vorstellt und das, was er sieht, geschoben. Niemand wird benutzt für etwas, was er nicht ist, denn die kindischen Dinge sind nun alle weggelegt. und das, was einst ein Traum des Urteils war, hat sich in einen Traum verwandelt, wo alles Freude ist, weil das der Zweck ist, den er hat. nur Träume der Vergebung finden Einlass hier, denn die Zeit ist fast vorbei. Und die Formen, die im Traumeinlass finden, werden jetzt als Brüder wahrgenommen, nicht im Urteil, sondern in der Liebe. Träume der Vergebung brauchen nicht lang zu dauern. Sie sind nicht gemacht, um den Geist von dem zu trennen, was er denkt. Sie suchen nicht zu beweisen, dass der Traum von jemand anderem geträumt wird. Und in diesen Träumen ist eine Melodie Lied zu hören, an die ein jeder sich erinnert, obwohl er sie seit vor Beginn der Zeit nicht mehr gehört hat. Ist die Vergebung erst einmal vollständig, rückt die Zeitlosigkeit so nahe, dass des Himmels Lied zu hören ist, nicht mit den Ohren, sondern mit jener Heiligkeit, die niemals den Altar verließ, der tief im Gottes Sohne wohnt, in Ewigkeit. Und wenn er dieses Lied wieder hört, weiß er, dass er es niemals nicht gehört hat. Wo bleibt die Zeit dann, wenn die Träume des Urteils weggelegt sind? Wann immer du Angst in irgendeiner Form verspürst und du bist angstvoll, wenn du nicht eine tiefe Zufriedenheit verspürst, eine Gewissheit, dass dir geholfen wird und eine ruhige Sicherheit, dass der Himmel mit dir geht, dann kannst du sicher sein, dass du einen Götzen machtest und glaubst, er werde dich verraten. Denn unter deiner Hoffnung, dass er dich retten werde, liegen die Schuld und der Schmerz des Selbstverrates und der Ungewissheit so tief und bitter, dass der Traum dein Gefühl des drohenden Verhängnisses nicht vollständig verstecken kann. Dein Selbstverrat muss Angst zur Folge haben. Denn Angst ist Urteil, das mit Sicherheit zur fieberhaften Suche nach Götzen und dem Tod führt. Die Träume der Vergebung erinnern dich daran, dass du in Sicherheit lebst und dich nicht angegriffen hast. So schmelzen deine kindischen Ängste und Schrecken hin und Träume werden nun ein Zeichen deines Neubeginns, nicht eines weiteren Versuchs, Götzen anzubeten und Angriff zu behalten. Die Träume der Vergebung sind zu jedem gütig, der im Traume auftritt. Deshalb befreien sie den Träumer ganz und gar von Träumen der Angst. Er hat keine Angst vor seinem Urteil, denn er hat niemanden verurteilt noch versucht, durch Urteilen von dem befreit zu werden, was das Urteil zwangsläufig auferlegt. Und die ganze Zeit erinnert er sich daran, was er vergessen hatte, als Urteilen der Weg zu sein schien, der ihn vor dessen Strafe retten sollte. Erinnert er Vielen Dank. Vielen Dank.